Hallo, herzlich willkommen zurück hier zum Fight Club mit der Bumms-Kanone. Saints Row 4, Snoop am Start. Hallo. Snoop noch nicht am Start. Nee, ich kauf immer noch. Was machst du denn auch so schnell die Aufnahme wieder an? Ich wusste nicht, dass es so schwierig für dich ist, eine Bumms-Kanone zu kaufen. Wie heißt Bumms-Kanone? Was denn, du? Also die Murderbot-Minipistole finde ich im Übrigen nicht. Minigun, ja, aber es geht doch jetzt weiter, also können wir doch... Also, du musst nur fertig werden mit Bumms-Kanonen kaufen. Ja, ja, warte. Dann komme ich meiner Murderbot-Minikanone eine ganze Spur näher. Ja. Verlassen. Yeah! Okay. Fight Club. Drei Minuten ist Gold. So, dann. Boss, Faust... Junichi. Welcome back to Superpower Fight Club. Darf ich nicht mal die Bumms-Kanone hernehmen? Nee. Ich glaube, es... Ah, was machst du denn jetzt Pause? Ready? Wait one! Bitch, please. Wo ist er denn? Hä? Wer? Ach, erst mal die normalen Typen hier oben reiben, ne? Oh, sie ist aber ja. Ja. Hängt ganz schön was aus, wenn man keine Knochen hat. Ah! 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 Wave one! Complete! Wave two! Ich glaube, wir müssen noch schnell sammeln. Wave two! Ja oben. Feidigen. Boah, wenn die... Oh, und ich darf nur mit den Waffen kämpfen hier. Mit meinen Fäusten. Ja, ja, und die haben Baseballschläger, aber ich glaube... Aber jetzt reicht's mir hier. Gleich. Zack, zack, zack. Uh! They need to defend their spot. That has the style. Ah! Sorry. Und bam! They need to take control of the target area. Fast ein bisschen zu lang gebraucht. Du musst hier in dem Kreis bleiben. Ja, hm. Manchmal... Verklickt man sich halt. Ah, du bist doch Gold, dachte ich. Ja. We have a challenge to the throne here. Ausgeschmissen. Oh mein, der Fäger ist ja ganz schön schnell gelaufen. Wave two complete. Trust us, obey us. Way three, fight! Here comes the Genki girls! Wieder ein. Bam, und gleich mal... ... bevor er eine verpasst, die Genki girls. Ich bin Lego unten, braucht Wiederbelebung. Hilfe! Ich bin Lego unten. Ich lege unten. Ich lege unten. Ich lege unten! Lego, Lego zu mir! 19 Sekunden! Weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, die Genki girls halten ganz schön was aus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mit diesen Blitz-Dings. Kommt Junichi, glaube ich. Hier kommt der Head of the Ronin himself! Junichi! Direkt auf Junichi, würde ich sagen. Ja. Ich bin... Ich hab ihn. Ich brauche wieder Wiederbelebung. Wie blitze ich die ganze Zeit? Ja, aber so dauerhaft. Ja, aber so dauerhaft. Da haben wir schauen, ich schlug schon. Der Leader of the Ronin is done for! Ist es dann? Hm. Ja. Sehr gut. Bring ihn um. Oh, wie das Genick bricht. Bei mir ist das noch gar nicht gebrochen. Oh, und ich hab das Kreuz nicht gehört? Oh, blunder. Und Gold. Sehr gut. Oh, hast du richtig gehört, wie es geknackt hat, als du das Brunen geschlagen hast? Hilfe. So muss das für einen Fight Club sein. Hier ist passiert, ja. Ja, definitiv. Jetzt, äh, dadurch, dass ich jetzt ewig mit der Bumskanone rumgemacht habe, habe ich mich gar nicht umziehen können für die Folge. Das möchte ich jetzt gerne noch nachholen. Dann trägst du jetzt in jeder Folge ein neues Outfit. Ja, natürlich. Okay. Ich muss ja auch ein bisschen draufhalten, sag ich mal. Aufhalten? Naja, mit der Kamera, dass man sieht, dass du was Neues trägst. Fällt dir also nicht auf, wenn ich neue Sachen anhabe, ja? Ich will ja, dass die Zuschauer das auch sehen. Ich sehe das natürlich, aber ich habe daher einen ganz anderen Blick. Geld drauf. Was müssen wir denn jetzt noch machen für diese Mini-Kanone da? Das dauert ja ewig. Eine noch, glaube ich. Ah. Ich habe zwar eine Simiak-State gefunden, muss man gucken, wie man... Einfach schießen. Ach, das ist zu billig. Äh, so. Was muss man für die Kanone noch machen? Heimgezahlt. Aber draufschießen. Über einen Attentat auf das feindliche irgendwas. Auf das feindliche Ziel. Zinyak hat ein altes Programm, das er liebt, um rund um die Stadt zu gehen. Ich sage, du töst ihn. 400 Meter ist gleich so weit. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Mein Outfit hieß übrigens der Sie. Okay, warten auf die Zielperson. Ganz viele Zielpersonen. Und ganz viele Bullen. Aber keiner ist die Zielpersonen. Boah. Von hinten hat er mich angehauen. Kommst du gleich? Ah, Hilfe ist hoch. Immer noch am Klamotten raussuchen gewesen. Ja. Was warst du denn aus sowas, wenn ich noch nicht da bin? Ich dachte, du bist da. Nein! Doch gesagt, ich zieh mich um. Das ist immer wieder das Gleiche. Ich kontakt keine Ahnung, was du... Immer wieder das Gleiche. Ach, guck mal hier, ist gleich noch so ein Ding. Was für ein Ding? Überhaupt! Was soll ich hier tun? Alles umbringen, was einen roten Kreis hat. Und Unruherd und jetzt haut ich ab. Ist ja gelöscht jetzt, ja? Ja. Gut. Und wir sollen zurück aufs Schiff. Deswegen wollen wir mal lieber sterben. Aufgewacht! Sonnenschein! Triff dich mit, Shambi! So, du gehst aufs Schiff. Ich geh wieder in die Simulation und zieh mich um. Hast du dich nicht schon umgezogen? Ich konnt mich ja nicht umziehen, weil der feine Herr da Beef angefangen hat. Das war Teil der Mission. Ach, lang. Jetzt habe ich meine Mörder-Bot-Kanone. Warte ich. Okay, und dann hat man ja gesagt, jetzt können wir eigentlich mal wieder einen richtiges, in Anführungsstrichen, richtigen Auftrag machen, ne? Ja! Machen wir mal Kincys Schachzug. Und, äh, wir müssen uns mit Kinsey treffen. Nicht in der Simulation, um zur Abwechslung, ne? Ähm, jetzt sollen wir nochmal gucken, wo? Da? Das heißt, der nächste Punkt ist, äh, Steelport Brixton. Ganz links. Ah, ich geh zu Fuß. Joa. Bist du denn jetzt schon umgezogen oder muss ich wieder auf irgendwelche Verhaltensregeln achten, die mir nicht geläufig sind? So, jetzt. Nein, ich bin umgezogen. So, also wir treffen uns im Kincys Versteck. Ich bin Don Dorr. Joa, mach euch. Und, auf geht's. Ich bin Don Dorr. Wir haben alle ihre Superheldenkostüme. Ja, und alles so schön in Lila. Es sieht schön lustig aus. Sieht schon recht amüsant aus. So, gib mir einen Raketenwerfer, die sind's kommen. Oh, überlebe den Angriff. Geht also jetzt tatsächlich um Leben und Tod, ne? Und alle haben sogar Superheldengriff. Das ist ja geil. Ja. Snoop, einfach, lass dich einfach einballern, ne? Ja, ich bin doch schon dabei. Das ist auch nicht unser Auto, ja. Das ist übrigens hier die, das ist hier übrigens die Bummskanone. Sag mal. Ah, okay. Naja. Aber die passt zu Boba Fett. Das stimmt, ja. 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 Supergriff, ich weigere mich Treppen zu steigen. Und ich hab noch die schwere Gitarre auf dem Rücken, ey. So, ich sitz mal im Hubschrauber. Ich glaub, du musst noch einsteigen. Ja, ich bin doch noch nicht mal oben. So, Umschalt höher. Steuerung tiefer. Jetzt bist du wegge... Nein, ich bin doch da. Boba, steig nicht ein. U-T-U-La-Bo-Ba. Jetzt ist ja auch schon wer. Jetzt bin ich drin. Geil. Ich glaub, du musst schießen. Ich schieß doch schon. Awesome, awesome, awesome. Ich... Hallo, die sind alle kaputt. Ja, schieß doch der auf uns. Ja, wegen dem einen fang ich doch jetzt hier nicht an, mit den Raketen auf den zu schießen. Na klar. Panzer, hallo, Panzer. Wie soll ich denn da überhaupt treffen, so wie du da durch die Gegend eierst? Ja? Ah, Spaceships, super. Also ich schieß jetzt einfach mal, damit du siehst, dass ich hier schieße, ja? Die mit den Raketen darf auch noch für sichern. Sind doch schon dabei. Murderbots. That's my kind of household appliance. Oh ja, ich... Murderbots, die zu Hause in den Haushalten machen, auch geil. Mit so nem Schürzchen um. Oh, man kann zum Glück durch die Kabel durchfliegen, normalerweise, wenn wir jetzt tot grüßen. Oh, der hat uns gesetzt. Ja, der hat auf dem Dach. Ich seh die schon. So, ja, so wie du fliegst, weißt du? Ich flieg nur geradeaus. Ja, das merkt man. Da war halt ein Schild. Da war auch ein Baum. Na, der Baum, der hat uns ja nichts getan. Ja, deswegen seh ich aber trotzdem nicht durch die durch. Wir stehen übrigens auf den Dingern, ne? Also, von unten treff ich die nicht. Ja, ja. Ah, oh Gott! Ich störe die Straßenspörer. Ja. Ich dachte, wir haben Raketen. Nee, wir haben nur so'n... Nee, 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 nee. Der hat gesessen. Der Helix zieht halt so komisch nach. Das ist nicht so einfach, den zu fliegen. Ja, ja. Jetzt auf einmal. Wäre es halt... Wahrscheinlich ist es total einfach zu schießen, aber ich muss ja immer fliegen. Was ist das hier jetzt eigentlich gerade? Nachkampf-Heli, oder? Hinter den Heer! Hinter den Heer! Ja, 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 ja. Oh Gott! Ich hänge beim Baum fest. Oh Gott! Ich hänge doch nur... Ich hänge an einer Brücke und da in einem Baum fest. Du hängst nur im Baum. Hier der normale Heli wird zum Beispiel auch schon abgeschmiert, aber zum Glück... Endlich frei Schussfeld hier. So, toll, so straßensperren. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise hab ich doch auch immer noch was zum Schießen. Ist ja langweilig. Nur weil ich mal schießen darf und nicht du, ey. Normalerweise schieß ich ja nur auch. Späh voraus! Späh immer noch. Und eine Straßensperre. Naja, mädlich gibt nicht eine. Einer ist weg. Oh nein! Oh nein, Mars! Was hast du gemacht? Nein! Das ist es gibt es. Nein, das glaub ich dir nicht. Nein! We're going down! Klassisches Call of Duty Gameplay. Oh Mann, da fällt Boba fett aus seinem... aus seinem Hubschrauber raus. Was ist hier eindeutig... Everyone okay? Okay, call of Duty Gameplay, right? Oh, look! A cat! Is this a pet store? A cat? Fuck! Of all the buildings in Steelport, we crash on Genki's? Seriously? Super ethical reality climax. Who name's this shit? Who name's this shit? Yeah. Okay, then we can come back to the bottom, right? Let's go into it! But, let's do this in the next episode. We're going to go. We're going to go through! Tschüss, 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 bis gleich! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.